Können wir mal gucken, was es bei der Schweiz zum Beispiel gibt? Nee, brauchst nicht. Nee? Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir mal den Bürki am Start und den Reus. Und wir werden heute mal mit den Jungs gemeinsam ein kleines FIFA-Team bauen, so wie die sich das vorstellen. Was sagt ihr erstmal, welche Formationen sollen wir nehmen? Ich spiele mal 4-2-3-1. 4-2-3-1? So, packen wir dich erstmal ins Tor rein. Welche Karte willst du? Die blaue oder die goldene? Ich bin mit meinem Bruder. Die blaue. Die Champions-League-Karte. Wo willst du hin? Willst du linker Zettel, ein rechter, mittlerer? Ich nehme links. Du hast ja auch schon eine Rule-Breaker-Karte bekommen. Guck dir mal deine Ratings an. Muss man da auf dem Cover gewesen sein? Nein, die hat er einfach so bekommen. Die kriegen jetzt ein paar Spieler mal. Die kriegt man nicht einfach so. Man muss schon was Außerordentliches geleistet haben. Natürlich muss man das. Kostet auf 420.000 Münzen. Ehrlich? Mach dir rein. Zocken wir auch viele. Wer sollte auf jeden Fall auch mit Gesetz sein? Egal wer. Oder bei uns aus der Mannschaft. Egal wer. Wir können einfach mal mit der Innenverteidigung anfangen. Gehen wir von hinten durch. Entweder ein Schweizer oder ein BVB-Spieler. Oder einen aus der Bundesliga. Die Bundesliga auch. Können wir mal gucken, was es bei der Schweiz zum Beispiel gibt? Ne, ne, ne. Brauchst nicht schauen. Könnt ihr auch Icons nehmen, ne? Die harmonieren mit jeder Karte. Das ist völlig egal. Ein Kubari. Wollt ihr eine Icon nehmen? Oder könnt ihr auch einen Van Dijk nehmen? Dann müssen wir mal gucken. Dann musst du aber wirklich einen Dortmund-Spieler haben. Hummels hat zum Beispiel Inform bekommen. Heleni hat einen Inform. Akanji hat auch eine sehr neiste Karte bekommen. Also von mir aus können wir Mats reinmachen. Mats? Was sagt die rechte Innenverteidigung? Da können wir dann, wenn ihr wollt, auch in eine andere Liga gehen. Oder wir können eine Icon nehmen. Ich würde Van Dijk nehmen. Van Dijk? Ja. Okay. Jetzt müssen wir am besten auch einen aus der Premier League nehmen, der Holländer ist. Oder wir nehmen mal einen aus Liverpool. Alexander-Arnold. 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 Das hat auch ein gutes Rating. Aber zocken jetzt nicht so viele. Nicht? Ne, ne. Dann zocken mehr so Spieler wie Zemedo, die dann halt, also dieses FIFA sehr auf Pace ausgelegt und auf Tempo. Deshalb spielen auch nicht so viele Van Dijk. Da hat zwar ein gutes Stellungsspiel und sowas, die sehr einleitend sich Defensive. Aber spielen zum Beispiel viele auch Walker in Form. Der ist ja auch ein Außenverteidiger, weil der über 90 Tempo hat. Hier sonst noch einen Wunschspieler, der auf jeden Fall mit rein sollte. Wie Ronaldo, Messi oder Mbappé. Da können wir mal ein bisschen danach gehen und gucken, was man machen kann. Der Dings. Wie heißt der? Die Maschine von... Traoré. Traoré. Ja. Adama Traoré. Der passt doch auch dorthin, oder? Aber das Problem ist, der ist halt rechter Mittelfeldspieler. Oder rechter Flügelspieler. Und die Aufstellung ist jetzt nur darauf ausgelegt, ZMs, ZOMs zu haben. Aber wir können uns einfach trotzdem reinpacken. Das ist nicht schlimm. Ja. Können wir mal machen. Okay. Machen wir einfach mal ein ganz verrücktes Team, was ihr zusammenstellt. Was machen wir mit der linken Seite? Sollen wir da in der Bundesliga bleiben? Oder eine Icon nehmen? Roberto Carlos gibt es ja auch, oder? Ich würde Graffa Igoreo nehmen. Mhm. Also ich auch wirklich schon im Kopf. Der hat sogar auch eine Inform-Karte. Normalerweise seine normale Karte ist... Klar hat er eine Inform-Karte. So. Dann haben wir den Linksverteidiger auch. Was sagt der linkes ZDM? Am besten wäre natürlich jetzt einer auch, der aus der Bundesliga kommt oder ein Dortmund-Spieler. Das haben wir ja schon. Was ist denn das für eine Karte? Das ist eine Flashback-Karte. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, wo der da besonders gut war auf dieser Position, hat er dann dementsprechend die Werte bekommen. Dass er jetzt auch mehr offensiv ausgeht, weil Witze war, glaube ich, damals mehr offensiver. Deshalb sind die Defensivwerte hier auch schlechter als bei seiner normalen Karte. Wir brauchen jetzt nicht noch mehr vom BVB nehmen oder eine Legende mal irgendwie rein. Zidane spielen viele. Da gibt es ja halt nur Zidane für mich. Zidane? Ja, Zidane. Ja, den spielen sehr viel, den 91er. Ist auch sehr overpowered. So. Dann hier in der Mitte. Hier wäre am besten auch ein Icon. Willst du den Links spielen lassen? Nein, ich hätte den in die Mitte. In die Mitte? Ja. Aber wen packen wir dann links hin? Schau mal, das ist schon gelb. Am besten hier dann auch eine Icon oder ein Bundesligaspiel. Das ist egal. Ja, lassen wir auch ein Icon reinmachen. Xavi kam jetzt neu dazu dieses Jahr. Hm. Aber ist halt, ja… Iniesta. Was ist mit Iniesta? Iniesta gibt es leider nicht. Ehrlich nicht. Sehr lächerlich. Noch keine Icon-Karte. Jetzt haben wir noch Vieira, den spielen halt auch sehr, sehr viele. Aber wen würdet ihr sagen, sollte rein? Roberto Baccio. Roberto Baccio. Ziemlich offensiv ausgelegt, aber egal. Mach mal so. So, jetzt haben wir noch zwei Spieler. Den rechten ZM und den Stürmer. Dacht ihr nicht, kein Ronaldo, kein Messi? Also ich wäre schon mit Messi. Messi? Messi auf jeden Fall. Der hat jetzt eine neue Karte bekommen. Eine Inform-Karte. Normalerweise ist der Flügelspieler. Jetzt hat er eine ZM-Karte bekommen, Mittelstürmerkarte. Dann bräuchten wir am besten hier wieder eine Icon. Ansonsten wird es schwer zu sein, den zu linken. Mach mal Icon. Gibt es Batistuta? Ne, den gibt es nicht. Wieso nicht? Das ist doch ein Icon. Aber in dem Game ist es ganz schwer. Was? Batistuta? Das war eine Legende. Ronaldo oder Pelé für mich. Spielen auch die meisten ehrlich gesagt. Das sind so die 2-Meter-Spieler in dem Game. Was sagst du, eher Pelé oder Ronaldo? Ronaldo. R9. Ja, das ist euer Team. Seid ihr zufrieden? Ein bisschen offensiv ausgelegt. Ja, das ist auch Sinn der Sache. Wir wollen ja viele Tore schießen. Okay, nice. Da haben wir auf jeden Fall das Team von den beiden Jungs zusammengestellt. Sieht okay aus. Müssen wir noch ein bisschen von der Chemie her was machen. Und ein bisschen vielleicht mehr auf Tempo gehen. Aber sonst habt ihr das gut gemacht. Ich bin ja jetzt auch nicht der Spezialist im Team waren. Aber das Team sieht eigentlich ganz nice aus. Kann man mal machen. Das war's Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ciao. Die gang hat dann oben da sind. Ich bin ja da da oben da oben. Und jetztthemeiniere Mutti ins Kot Initiativ. So wie gut die Frage省i die Frage. Die Herzung er hat uns auchêts Owen dir auch vonенным Strom. Schiuelое? Ne?